Hallo, äh, wir spielen weiter hier Hunger Games. Oh, da kommt der Nächste, taktaktaktaktaktaktak! N �nd schon dabei bist. Komm, Arena 7. Ja, ich renn. Also, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich nicht mehr in der Karte bin. Oder im Spiel. Kurs, nachdem wir einen kurzen Cut gemacht haben und ich mit dem Dominik ein bisschen geredet habe, also, wegen jetzt gleich, kam ein anderer spieler und hat mich umgebracht ich hatte aber auch keine chance da er eisen rüstungen hatte na ja schon so schlimm gut gut da beginnt ja gerade nur das weiß die karte kenne ich innen drin ist auch schon oder auch oder unten also muss durchschwimmer er kann doch was oder wenn du möchtest also naja ich weiß auch ich was wohl ich habe kommt es zwar echt mal viel besser aber ganz oben ist auch was da die kiste ja leider wo es gut zumindest etwas die lehrer mann habe ich gar nichts ich habe auch schon ein paar mal gewonnen ohne dass ich am anfang was hatte also das ist eigentlich nicht bedingt ich habe nur dass man am anfang etwas hat um sich zu sehen was zu sichern ja ja da habe ich nicht allzu tragisch ich habe mich hinterher weil wenn die sie kriegen kämpfe ich da noch gleich ich habe keine chance gegen den aber egal wenn ich mal drauf gehen ja klar oder spart ja ein schwert toll das war unfetter hat mich doch gar nicht erwischt das ist so mies ach mann ja jetzt weiß die x nee das ist schon nicht mal gebraten das sind alles voll die cheater würde ich sagen arena 6 wieder einmal diese arena kommt heute ziemlich häufig dran war sondern warum ich halt so ja schon wie sieht es bei dir ich lauf ok du hast mir gefallen ja tust du bitte für mich die die person namens mika 0195 töten wenn ich ihn finde und davor nicht sterbe oder er nicht davor stirbt weiß ich nicht er hat ja nämlich mich umbrach deshalb in die falsche hauer ja ach da kommt mika 042 3 oder so mach blatt wenn es das ist der tollschwert und lederrüstung ja kann gut sein ich schwimm den weg warum hast nichts nö naja ist auch nicht so schlimm wenn du gleich sterben solltest gerade ist arena 6 noch frei deshalb ich bin gestorben ach nee das war nicht die also oder der die person komm arena 6 schnell 1824 naja egal passiert geht nach arena 6 ja ja 1924 und ja zweimal 1924 schlau ja voted in 6 ja wenn ihr meint es geht ich gebe es nicht ein viel zu anstrengend also wenn sie ja schon so höflich fragen machen sie eigentlich gar nicht aber naja jetzt soll es eigentlich mal beginnen ist irgendwie ein bisschen verlangweilig ja ich bin dk und du nicht aha ich dachte es hat ja schon irgendjemand zu dir geschrieben ich mein motto ich weiß aber zu der erste blick was warst du um die kürze sowas der schreibt dich an was aber dann doch nicht aus wo bist du eigentlich hier drüben hier drüben wo hier drüben ziehst du mich hier drüben rupen wo bist du jetzt ich habe vier enderperlen da bin ich ja welche enderperlen kann ich mir auch gehen ich brauche ich will die willst du ketten oder ähm goldrüstung das was du nicht willst ich habe die hälfte mal rausgeschmissen danke nimm dir die enderperlen sage das sind keine perlen das sind ender augen und die sind scheiße die sind wertlos in diesem spiel zumindest ach stimmt ja doch ich suche nach festungen ach kann ich ja noch gar nicht ach man das dachte ich ich schlag dir in der wenge aber geht doch nicht ja ach hier bin ich mal wieder da war es auch lustig der Ome ist ein Typ ich renne mal weg ein überall im tüppeler boah ich renne trotzdem zu ging das vorher nicht ich renne ich renne am rand wieder entlang mein das habe ich auch naja komisch das spiel ach man ist mir schon wiederum gebracht worden ähm man diese runde ist irgendwie nicht mein das ist irgendwie nett boah es sind gerade viele gestorben ich habe jetzt warst du da hinten oder auch nicht wenn gerade so viele gestorben sind dann weiß ich das sind ja voll viele gestorben das ist ja cool das heißt hier cool ist aber voll witzig aber diesmal musst du das mal richten oder diesmal musst du mal gewinnen ich werde ich werde da naja immer noch nichts frei aber ok ähm arena 4 gehen wir da mal rein ich bin nur noch drin ja aber halt wenn das frei wird du gewinnst die runde ja wenn du jemanden umbrach hast sagst du mir ok ich sehe es sowieso aber trotzdem na cool das ändern die aber auch mal alle tage wie komme ich dann wo weiß nicht wo du bist weiß was mir jetzt gerade auffällt ich glaube ich sollte nicht jedes mal Prozent dahin renner wo viele spieler sind er naja egal das habe ich ein paar mal gemacht und dann ging es halt und dann ja nach arena 2 war voll da unten spieler kann man eigentlich auch sterben der ist von gut gerüstet muss ich auch nicht drauf an arena 2 ach ist diese karte wieder ok ich bin gerade arena 2 ja jetzt habe ich mich auch warten ja na 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 höp 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 was für warnen hast du ne holzschwert naja zumindest etwas Ich habe gute Rüstung. Ich habe die Hälfte von den Rüstungsdängern. Was ist eigentlich besser? War es richtig gut, was ich dir gebe? Also das mit Ketten? Ja, Ketten ist schon gut. Weiß ich nämlich gar nicht. Also ich habe keine Ahnung. Wenn ich so Rüstung von Ketten und Eisen hatte, habe ich immer da, also überall der Herze geguckt. Und da stand immer drauf, also entweder, ja, Herze war das, oder ich meine, ja, das war besser und ja, das war nicht besser. Aber bei... Ich habe einen Eisenhelm, Eisen, äh, Brust und... Ich habe nur zwei. Hä? Äh, ach ja... Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das gerade gar nicht. Die Zeit ist auch schon wieder rum. Richtig. Äh, ja, wir machen dann gleich weiter. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ciao.